Hallo, ich bin Joel von Turflinks. Wir mappen gerade den Golfplatz. Dabei erstellen wir eine exakte Karte auf Basis von GPS-Koordinaten, die es uns ermöglicht, eine Vielzahl von Informationen zu extrahieren und so aufzubereiten, dass unsere Maschinen, die Turflinks F315, also elektrische und vollautonome Mähroboter wissen, wo sie mähen müssen, wo sie fahren dürfen und wo nicht. Wir, die Golfplatz Hofgut Scheibenhardt AG, haben uns zum Ziel gesetzt, die innovativste, umweltfreundlichste und wirtschaftlichste Golfanlage in unserem Raum zu werden. Durch den Einsatz vollelektrischer, autonomer Mähre lässt sich der Verbrauch fossiler Brennstoffe um 60 Prozent und der CO2-Ausstoß auf der gesamten Anlage um 90 Prozent senken. Die Mäher werden im ersten Schritt zum Mähen der Fairways eingesetzt. Diese Flächen müssen alle zwei Tage gemäht werden und stellen damit neben den Grüns den größten Aufwand an Mähtätigkeiten für die Greenkeeper dar. Dadurch wird das Greenkeeper-Team erheblich entlastet. Die hierdurch eingesparte Zeit kann nun für andere manuelle Pflegetätigkeiten auf der Anlage sinnvoll und effizient eingesetzt werden. Auch der Spielbetrieb wird durch den Einsatz der autonomen Mäher weniger beeinträchtigt, da sie außerhalb der üblichen Spiel- und Arbeitszeiten eingesetzt werden können. Sensoren am Gerät stellen sicher, dass Menschen, Tiere und Hindernisse erkannt und geschützt werden. Zu guter Letzt ist die Wirtschaftlichkeit dieser Mäher hervorzuheben. Die autonomen Mäher sind in der Beschaffung günstiger als personengesteuerte Mäher. Bei den vollelektrischen Maschinen entfallen außerdem die für Verbrennungsmotoren üblichen Wartungsarbeiten. Auch entfällt die Wartung der Hydraulik, wodurch Wartungs- und Verschleißkosten um ca. 80 Prozent reduziert werden. Die Kraftstoffkosten zur Pflege der Anlage werden erheblich gesenkt.